Frau Valerie Weimann, würden Sie bitte mit uns kommen? Mark, die Polizei hält mich am Flughafen fest. Ist was mit den Kindern? Diese Frau enthält uns Informationen vor, die Tausende von Menschenleben retten könnten. Nach § 239 StGB liegt hier der Straftatbestand der Freiheitsberaubung vor. Wir leben in einem Rechtsstaat. Irgendwo in dieser Stadt wartet ein Schläfer auf seinen Weckruf. Wir haben den Täter identifiziert. Sie kennen ihn. Reden Sie mit uns. Doch sie schweigt. Noch in derselben Nacht wird Valerie Weimann in ein geheimes Gefängnis der CIA nach Osteuropa gebracht. Es beginnt eine Jagd auf Leben und Tod. Untertitelung des ZDF für funk, 2017